Das Abbremsen von stufenlosen Traktoren mit schweren Anhängern, nur mit dem Fahrhebel, ist gefährlich. Der Anhänger kann nämlich ungebremst auf den Traktor aufschieben. Dabei besteht die Gefahr des Einknickens des Gespanns. Eine Lösung dieses Problems bieten sogenannte Streckbremsen. Klaas hat mit der Option Automatische Anhängerstreckbremse für Traktoren der Baureihen Arion 500-600 mit stufenlosen Zematikgetriebe und pneumatischer Zweileiterbremse nun ein System entwickelt, das bei den Modellen ab Jahrgang 2021 auch nachgerüstet werden kann. Ein Sensor am Eingang des Zematikgetriebes erfasst das sich bei auftretendem Schub ändernde Drehmoment und aktiviert entsprechend die pneumatische Anhängerbremse. Hier extra sichtbar gemacht mit diesem zwischengeschalteten Manometer. Ist die automatische Streckbremse im Traktor vorhanden, so ist das System von Beginn weg aktiviert. Möchte man nicht darauf zugreifen, muss man es über diesen Kippschalter aktiv ausschalten. Die automatische Streckbremse von Klaas greift bei vier Situationen ein. Einmal, wenn der Traktor durch das Zurückziehen des C-Motion-Fahrhebels abgebremst wird. Dann wird bei aktiviertem Tempomat automatisch ein Überschreiten der Sollgeschwindigkeit bei einer Bergabfahrt verhindert. Bei niedrigen Fahrgeschwindigkeiten wird der Schub bei Hangabwärtsfahrt automatisch erkannt und das Gespann in der durch das Fahrpedal vordefinierten Geschwindigkeit gehalten. Die Streckbremse greift auch beim Reversieren ein, nämlich sobald der Fahrer die Fahrtrichtungsänderung per Reversierhebel oder Knopfdruck eingeleitet hat. Diese automatische Streckbremse führt zu mehr Sicherheit. Sie reduziert den unerwünschten Aufschub von Anhängern bei stufenlosen Traktoren und verhindert so das Einknicken des Gespanns. Streckbremse